Ich finde, diese Situation ist nicht Ihr. LOL Bro, sie ist nicht entertaining und fucking Management ruft an und sagt, dass sie soll offline gehen? Warte mal, hier kommt gerade ein Call von Lena rein. Hey Kevin, der Stream ist heute dogshit. Hey Kevin, der Stream ist garbage heute. What the fuck? Geh offline, Jesus Christ. So können wir keine Placements mehr verkaufen. Geh schnell offline.